Herzlich willkommen zum Vortrag über Archivierung von Daten aus Twitter. Im Fokus steht hierbei die Twitter-eigene Export-Schnittstelle innerhalb der letzten drei Jahre. Mein Name ist Stefanie Korthüller, ich arbeite beim Sächsischen Staatsarchiv und bin dort im Elektronischen Staatsarchiv für die archivtechnische Bearbeitung von elektronischen Unterlagen zuständig. Was ist heute Thema? Zunächst ein kurzer State-of-the-Art an Sachen Twitter und Archive. Anschließend eine kurze Einleitung zur allgemeinen Webarchivierung im Sächsischen Staatsarchiv. Dann komme ich zur Teststrecke Archivierung von Daten aus Twitter, wobei der Hauptaspekt hier auf der Technologie liegen soll. Am Rande wird auch auf Archivwürdigkeit und Rechtsfragen eingegangen. In einem Fazit ziehe ich dann Bilanz. Zum State-of-the-Art in Sachen Twitter und Archive. Bekannt sein dürfte, dass die Library of Congress flächendeckend, später selektiv, sämtliche Tweets archiviert. Diese Daten sind allerdings bis heute nicht öffentlich online einsehbar. Das Sächsische Staatsarchiv hat 2018 damit begonnen, sich näher mit der Twitter-Archivierung zu beschäftigen. 2019 auf der AODS hält Herr Willi vom Doku-Team ein Vortrag, in dem er unter anderem auch auf die Archivierung von Daten aus sozialen Medien eingeht. Anfang 2020 erscheint eine neue Droid-Signature-File, die auch die Tweet-JSON beinhaltet. Diese Signature ist allerdings bis heute relativ instabil. Herr Worm vom Stadtarchiv Münster bloggt Anfang 2020 ebenso über die Twitter-Archivierung und nimmt dabei verschiedene Werkzeuge zur Twitter-Archivierung unter die Lupe. Im gleichen Monat vermeldet das Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dass auch sie Twitter-Daten aus einem Account übernommen haben. Der Tag der Archive im letzten Jahr trug in seinem Motto ebenso das Wort Tweet. Bis heute oder auch gerade heute wird ein globales Schnittstellen- und Tool-Tracking vollzogen und zum Beispiel die Web-Science und Digital Libraries Research Group an einer Universität in Virginia bringt regelmäßig Analysereporte für Tools zur Archivierung von Twitter heraus. Allgemein hin bekannt sein dürfte auch, dass nach der Sperrung von Donald Trump Twitter-Account die Tweets über verschiedene Web-Archiv-Projekte wieder verfügbar sind. Im Sächsischen Staatsarchiv wird 2014 Web-Archivierung aktiv betrieben. Basis hierfür bildet das Überlieferungskofil für die Überlieferung von Netzressourcen. Sämtliche Web-Auftritte anbietungspflichtiger Stellen, die innerhalb der Domäne Sachsen.de publiziert werden, werden dabei erfasst. Hierbei handelt es sich um Behördenauftritte und um Themenportale. Seit 2016 werden Turnus-Crawls halbjährlich ausgeführt und der letzte Turnus-Crawl in 2020 umfasste etwa 280 Webseiten. Seit 2018 beschäftigen wir uns zudem mit der Archivierung von Daten aus sozialen Medien. angefangen haben wir dabei mit Twitter. Wir haben uns angesehen, wie andere Einrichtungen eventuell schon Twitter archivieren. Außerdem haben wir eine Liste von potenziell in Frage kommenden Twitter-Accounts anbietungspflichtiger Stellen im Freistaat aufgestellt. Zu dem Zeitpunkt kamen etwa 30 Accounts zusammen. Wir sind zu einem Zwischenfazit gekommen, dass die Archivierung von Daten aus sozialen Medien nicht pauschal möglich ist. Neben Twitter sind natürlich in den letzten 20 Jahren weitere soziale Medien aufgetaucht. Archivfachlich sollte sich da zum Beispiel die Frage gestellt werden, ob die anbietungspflichtige Stelle über eine Social-Media-Strategie verfügt und ob sie noch weitere Social-Media-Kanäle bespielt. Archivtechnisch bzw. allgemeintechnisch sollte bedacht werden, dass jedes soziale Netzwerk anders funktioniert. Manches System mag systemeigene Schnittstellen haben, für andere liegt vielleicht schon ein externes Tool zur Erfassung der Daten vor. Außerdem sollten juristische Fragen gestellt werden. Was sagen die Twitter-AGB? Was bedeutet eigentlich Crawlen und Scrapen? Was ist erlaubt? Was nicht? Was passiert mit Inhalten von Dritten? Also zum Beispiel Kommentare aus fremden Accounts. Wie sieht Twitter nun konkret aus? Auf der rechten Seite ist ein Screenshot zu sehen. Der zeigt einen Ausschnitt aus dem Account vom Sächsischen Ministerium des Innern. Bei Twitter handelt es sich um Gezwitscher. Es ist ein Micro-Blogging-Dienst, mit dem man Telegram-artige Kurznachrichten in Echtzeit publizieren kann. Die Posts werden dabei blogtypisch chronologisch angeordnet, in einer sogenannten Timeline. Typisch für Twitter sind zum Beispiel Follower, Likes, Retweets, die Möglichkeit zum Kommentieren, dass man Bilder und Videos und auch Links einbetten kann. Und ganz wesentlich sind auch die Hashtags. Twitter wird von Privatpersonen benutzt, von Unternehmen, von Organisationen und dergleichen. Es wird weniger im privaten Umfeld als Messenger benutzt, sondern vielmehr, um ein breiteres Publikum zu erreichen, eine breitere Öffentlichkeit, sodass am Ende auch Retweets und Follower nicht wirklich kontrolliert werden können. Was soll jetzt eigentlich archiviert werden? Über die Festlegung von signifikanten Eigenschaften kann ein Objekt näher definiert werden. Einerseits kann sich am Aussehen orientiert werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass Twitter natürlich je nach Endgerät schon einmal anders aussehen kann. Weiterhin ist zu beachten, dass einige Funktionen wissentlich nicht erhalten bleiben sollen, andere hingegen jedoch schon. Zum Beispiel ist das Kommentieren, Teilen oder Liken natürlich dann nicht mehr gewünscht beziehungsweise möglich, wohl aber eine Recherchierbarkeit, Filtern und Sortierbarkeit. Welchen Inhaltsumfang möchte man archivieren? Wird die Vollständigkeit der Posts relevant? Sollen Retweets mit übernommen werden? Sollen Kommentare mit übernommen werden? Liegen Metadaten zum Account vor? Können auch Medien wie Bilder und Videos übernommen werden? Zu bedenken ist hierbei, dass jeder Accountinhaber jederzeit Tweets aus seinem Account auch wieder löschen kann. Was ist am Ende das Objekt, das zu archivieren ist? Soll es die Timeline sein? Sollen es einzelne Tweets beziehungsweise Threads sein? Soll das Objekt Account bezogen sein? Oder Hashtag bezogen? Wir haben verschiedene Erfassungsmethoden ausprobiert. Weder unser Webcrawler zur Erfassung von Webseiten noch Funktionen, die einzelne Browser bieten, sind für das Verfahren tauglich. Spezialsoftware, über die zum Beispiel Herr Worm oder auch die Web Science Gruppe schreiben, können wir nicht alle einsetzen. Deswegen haben wir uns die Twitter eigene Exportfunktion für ein sogenanntes Twitter Archiv näher angesehen. Diese kann in der Regel kostenfrei benutzt werden vom Account Inhaber und dieser kann sich unkompliziert auf Knopfdruck sein Twitter Archiv ausgeben lassen. Allerdings stellt sich hier die Frage der Langlebigkeit dieser Exportfunktion. Aus anderer Perspektive wäre der Datenexport direkt aus Twitter eine Anbietung im Sinne des Archivgesetzes, da die abgebende Stelle sich ihr Twitter Archiv aus dem eigenen Account anfordert und anschließend dem Archiv anbieten kann. Auf Knopfdruck wird innerhalb kurzer Zeit dem Account Inhaber dann ein Downloadlink zugemailt und darüber kann sich der Account Inhaber sein Twitter Archiv als Tipppaket bereitstellen lassen. Wie sieht nun so ein Twitter Archiv aus? Ein erster Test Export Anfang 2018 sah wie folgt aus. Twitter stellt ein Datenpaket zur Verfügung. über ein Index HTML gelangt man in einem Browser in eine nachgebildete Timeline und diese ist angeordnet nach Monaten. Man kann über eine Kalenderfunktion auch in andere Monate navigieren. Die eigentlichen Tweets sind als JSON-Dateien im Hintergrund abgelegt. Redundant dazu bietet Twitter aber auch eine Tweets CSV die kann man hier nochmal sehen. Es wird ansonsten noch das Profilbild und der Profilbanner mit ausgegeben jedoch keine weiteren Medien also keine weiteren Bilder und Videos. Letztendlich ist das Look und Feel ähnlich wie im Live-Web von Twitter und es ist eine einfache und schnelle Nutzung möglich. Der Export ein Jahr später sah dann schon etwas anders aus. Einerseits werden wesentlich mehr Daten zur Verfügung gestellt. Das heißt neben Tweets in JSON werden auch Informationen zum Account oder zu Likes und anderen Aspekten gegeben. Insgesamt handelt es sich um nahezu 44 JSON-Dateien und über eine Readme-Datei ist nochmal eine Übersicht beziehungsweise Anleitung gegeben welche Informationen sich in welchen Daten Dateien befinden. Positiv zu bewerten ist, dass inzwischen auch sämtliche Medien mit ausgegeben werden, also Bilder und Videos. Allerdings bietet der Twitter-Export keine Einstiegsseite mehr, das heißt keine Timeline. Möchte man sich also zum Beispiel die Tweets ansehen, dann geht das zum Beispiel über einen Texteditor. Mit menschlichem Auge ist diese Datei natürlich lesbar, aber sie ist wenig nutzerfreundlich. Bei unserem Echtdaten-Export von einer Behörde im September hatten wir dementsprechend eine gleiche Datenstruktur vorlegen, ein weiterer Test-Export im Januar 2020 sah ähnlich aus und ein Text-Export Anfang dieses Jahres sah wiederum ähnlich aus, bloß dass Twitter inzwischen wieder eine Timeline mit Funktion bereitstellt. Wie die aussieht, da gehe ich später nochmal drauf ein. Grundsätzlich müssen die Daten unabhängig von ihrer Darstellungsumgebung bewertet werden und die Frage ist in Sachen auch der Zurverfügungstellung der Nutzvermachung, inwieweit möchte ich an das ursprüngliche Look und Feel von dem Live-Web Twitter herankommen. Gleichzeitig möchte man aber auch eine Datenbasis zur Verfügung stellen, mit denen man eben auch als Nutzer weiterarbeiten kann. Zum Echtdatenexport das Twitter-Archiv 2019 vom Sächsischen Innenministerium. Das SMI betreibt sein Account seit Juni 2014. Zum Zeitpunkt des Exportes hat dieser Account etwa 5800 Tweets abgesetzt und etwa 4000 Follower. Der Export im September 2019 ging so vonstatten, dass der Download-Link, wie eben Twitter auch besagt, binnen weniger Minuten zur Verfügung gestellt wurde. Insgesamt handelte es sich um ein etwa 2 GB großes ZIP-Paket, wovon die eigentliche Tweet-JSON-Datei etwa 10 MB groß war. Und der Hauptbestandteil haben natürlich die Medien ausgemacht, also die Bilder und die Videos. Positiv zu bewerten ist auch, dass jeder Tweet eine eigene ID bekommt, sodass jederzeit ein Tweet auch referenzierbar ist. Hier ist nochmal ein Beispiel für einen Tweet. Auf der linken Seite sieht man den Tweet im Live-Web und auf der rechten Seite wie er zunächst im Twitter-Export aussieht. Die beiden Tweets haben im Grunde nicht mehr viel optisch gemeinsam. einzig der Text ist auf den ersten Blick übereinstimmt. Was haben wir jetzt im Archiv gemacht? Einerseits haben wir versucht, anhand der JSON-Datei wieder eine HTML-Timeline zu generieren. Das haben wir gemacht, indem wir Datentransformationen vorgenommen haben. Als Alternative hat ein Kollege von mir die JSON-Datei in eine Datenbank überführt. Großer Vorteil hierbei ist, dass die Daten sortierbar sind und auch filterbar sind, während die Daten in der HTML-Timeline natürlich auch durchsuchbar sind. Wenn man aber größere Auswertungen machen möchte, dann ist die Datenbank viel komfortabler. Wir haben das Twitter-Archiv analysiert und haben dabei verschiedene Feststellungen gemacht. Twitter sagt zwar, dass angeblich nur die chronologisch letzten 3200 Einträge ausgegeben werden. Anhand unseres Echtdaten-Exportes konnten wir das aber nicht verifizieren. Nachdem wir die JSON in die Datenbank überführt haben, wurden mehr als 3200 Einträge sichtbar. Außerdem beinhaltete der Export auch den als allerersten getätigten Tweet. Was nicht ausgegeben wird, sind die Kommentare Dritter. Außerdem sind Retweets abgeschnitten. Auf der rechten Seite im Screenshot sieht man nochmal einen Retweet im Live-Web. Auf der linken Seite sieht man das Ergebnis aus dem Twitter-Archiv. Hier wird ein Retweet abgeschnitten. Twitter nutzt einen eigenen Kurzlink-Dienst erkennbar an t.co. Mit diesen Kurzlinks werden sowohl Links innerhalb von Tweets versehen, jedoch nicht überschrieben, als auch die Tweets selbst. Twitter nutzt diese Methode zur statistischen Erfassung, sofern eine Internetverbindung vorliegt. Außerdem werden redundante Informationen ausgegeben. Zum Beispiel sieht man das an den Videos. Diese liegen teilweise in bis zu drei verschiedenen Auflösungen bzw. Qualitätsstufen vor. Vermutlich liegt es daran, dass Videos für verschiedene Endgeräte bereitgestellt werden. So ein Twitter-Archiv bringt allerdings noch weitere Herausforderungen mit sich. Einerseits sind technische Nacharbeiten gefordert, andererseits aber mindestens eine Hilfestellung für die Nutzung. Konkret bedeutet es, dadurch, dass Inhalte nach JSON transformiert werden, ist auf den ersten Blick nicht eindeutig, was sich hinter einzelnen Zeichen befindet. So zum Beispiel Steuerzeichen, in diesem Falle ein Zeilenumbruch, der in der JSON- Codierung zum Beispiel so aussieht. Weiteres Beispiel sind Emojis, die natürlich dann nicht mehr in Bildform vorliegen, sondern eben auch in einer anderen Codierung. Außerdem muss man wissen, dass in der Tweet JSON die einzelnen Tweets nicht chronologisch sortiert sind. Erschweren kommt dabei hinzu, dass Twitter eine bestimmte Zeitstempel-Syntax bereitstellt und zwar fängt es an mit dem Namen von dem Tag, dann kommt ein Teil des Datums, dann kommt eine Uhrzeit und zum Schluss kommt die Jahreszahl. Dadurch, dass die Medien separat mitgeliefert werden, werden sie einerseits zwar positiv über Identifier referenziert, andererseits muss eben für die Nutzung auch sichergestellt werden, dass ein Nutzer jederzeit die zugehörigen Medien zu einem Tweet wiederfinden kann. Letztendlich sieht dann unser AIP zur Archivierung der Echtdaten wie folgt aus. Wir werden die Exportausgabe, die JSON im Original mit übernehmen, damit weitere Bearbeitungen vielleicht auch durch den Nutzer in Eigenregie vorgenommen werden können. Als weitere Nutzungsvarianten werden wir die Datenbank und auch die rekonstruierte HTML-Timeline zur Verfügung stellen. Wir haben seitdem weitere Testexporte vorgenommen. Ein Twitter-Archiv ab Mitte 2020 ist hinsichtlich der Datenstruktur nahezu unverändert zu den bisherigen Exporten. Es liegen weiterhin JSON-Dateien zum Beispiel für die Tweets vor. Die Retweets sind weiterhin gekürzt verfügbar. Positiv zu bewerten ist allerdings, dass Twitter eine Startseite zur Verfügung stellt. Außerdem wird eine Timeline rekonstruiert und es werden Medien automatisch mit integriert. Des Weiteren bietet Twitter eine komfortable Sortier-, Filter- und Suchfunktionen. Ich komme nun zu einem kurzen Fazit. Twitter was already difficult to archive, now it's worse. So lautet die Überschrift eines kürzlich erschienenen Artikels über eine Datenanalyse von der Web Science Group an der Universität Virginia. Wie erwähnt, bezieht sich diese Gruppe hauptsächlich auf externe Tools zur Twitter Archivierung. Ganz so negativ würde ich die Situation nicht beschreiben. Wir haben die Methode der Twitter Export Funktion exerziert und sind zu dem Ergebnis gekommen, mit allen Vor- und Nachteilen, dass so ein Twitter Archiv nicht die Lösung ist, aber ein Ansatz. Wir werden auch weiterhin Technology Watch betreiben, da man sehen konnte, dass innerhalb der letzten drei Jahre die Export Struktur sich schon wesentlich verändert hat. Wir werden auch weiterhin nach weiteren Tools zur Erfassung von Daten aus Twitter Ausschau halten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung. Aufmerksamkeit zu Aufmerksamkeit und stehe aufmerksamkeit. Vielen Dank.